Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil unserer Torma-Turch-Serie, ihr Lieben, und das letzte Mal haben wir einen Salutor eingefangen. Wir sehen hier, die Tiefenansicht ist aktuell beschädigt. Wir müssen erstmal zu Rasputin, um ihn zu alignen mit unseren anderen Salutoren, damit wir ihn auch nutzen können, das ist wichtig. Deswegen steht hier auch geschwächt, gehe erstmal zu Rasputin, wobei wir jetzt natürlich direkt hier mit ihm sprechen könnten. Das wäre natürlich easy eigentlich. Komm, wir können mal ganz kurz an Viktor Schulski. Bitte kommen Sie schnell zum Friedhof, es ist dringend Sokol, der Totengräber. Okay. Wollte ich gar nicht hin. Tagebuch. Genau, ich wollte einmal hier in die Geschichte. Begib dich tagsüber, Torgang. Genau, aber wir müssen jetzt erstmal zu Rasputin. Warte, beschreckte Totengräber. Besuche Rasputin. Ja, wir müssen sowieso zu ihm, auch noch wegen einer anderen Geschichte. Deswegen, äh, so, das wollen wir gerne vorzugen. Also, schau mal. Besuche Rasputin in der Povatskowska Straße 7. Schau mal, ich glaube, der führt uns hier, ja. erstmal zu dem Wagen und dann, oh ja, da ganz oben. Wir müssen eh zum Friedhof, wir erinnern uns gerade auch noch die Nachricht. Also, zum Friedhof sollen wir sowieso auch noch. Es ist also so oder so gerade sehr en vogue hier herzulaufen. Was ist denn, wenn wir der mal hier lauschen? Eine wunderschöne Melodie, als wäre die Geige lebendig und spiele es nicht selbst. Für einen Augenblick war mir, als hätte jemand eine Seite in meinem Inneren berührt, die ich selbst noch nie gekannt habe. Trinkt Erfahrung, ne? Ja, da müssen wir nachher hin. Aber ich gehe jetzt erstmal zu Rasputin. Rasputin. Eine kokette Frau, was können wir denn, äh, komm, wir können uns wieder ablegen lassen. Indeed, fanciable. Up close. I would even say a solid eight, wouldn't you? I don't know. We'll see when he turns around. Okay. Eight it is. Will you show us something more? Aber trau dich das mal als Mann, ne? Das kriegen wir wieder nicht hin. Nein, nein, alles gut. Ach. Yes, sir. Yes, sir. Please let me in. It's urgent. You can't just turn up like this. What will I tell sir and madam? Fear not. I'm here for Rasputin. I can sense, he's in a drawing room. So. Haben wir denn hier Dinge zu entdecken? Guck mal, ganz kurz kann ich hier auch einfach rein? Kann ich. Ist da nicht tun? Hier rein komme ich allerdings nicht. Intriguing. Aber was? Einladung. Ein Stapel Einladungen zu Kaffeekränzen. Abendessen in Warschau. Gehobener Gesellschaft. Die neueste Einladung stammt von Gräfin Lermontovat. Wir machen uns natürlich ein bisschen um, was hier losgeht. Drei, sechs, fünf Rezepte für das Abendessen. Für fünf Slotty von Lucina. Das Brot am besten vollkommen Brot in dünne Scheiben schneiden. Trocknen bis es braun wird. Und, okay, also ein Rezept. Das zählt uns jetzt nicht so bennend, ne? Medikamente. Verschiedene Medikamente und Tinkturen im dekorativen Fläschchen. Einige wurden von Ärzten selber verschrieben, andere von Quacksalbern. Das ist schon mal Rasputin. Das ist ja die Frage, ne? Sagt man Rasputin? Rasputin ist, glaube ich, so typisch Englisch. Parfümfläsche. Eine Fläsche mit teuren französischen Parfümen. Sie ist ein Geschenk der Nadassinskis an Rasputin. Wahrscheinlich ist es ein dezenter Hinweis, dass er für alle besser wäre, wenn er seinen intensiven Geruch etwas kaschieren würde. Das Geschenk wurde entgegengenommen, beiseite gelegt und nie benutzt. Okay. Und dekorativer Fächer. Anielas zittrige Worte wabern noch immer um den Fächer. Entweder sprach sie zu sich selbst oder zu ihrem Ehemann. Sie beschwerte sich über ihre angeschlagene Gesundheit und Psyche. Die winzigen Windstöße des Fächers verschafften keinerlei Linderung. Die Familie Nadassinskis. Die Nadassinskis sind gut situiert. Sie sind recht wohlhabend und haben ein komfortables Leben und einflussreiche Freunde. Kein Wunder, dass Rasputin sie ausgewählt hat. Es scheint sich ihre Gunst gesichert zu haben, indem er sich um Aniela gekümmert hat, die einen Nervenleiden erkrankt ist. Er hat sich so ein bisschen die Not zur Tugend gemacht. So würde man Rasputin aber auch ein bisschen einschätzen. Was auch immer beautiful heißt in dem Zusammenhang. Viktor Schultzky. Wir sind da, alle. Erstmal Hypnose brauchen wir. Also, ich fühle mich nicht großartig. Mal sehen, was du mit dir gebracht hast, diese Zeit. Close deine Augen und fokuss dich auf meine Worte. Concentre auf meine Sprache. Relax und fokuss dich in dir selbst. Fokuss dich in dir selbst. Woher ist er? Ich sehe ihn nicht, aber ich kann es verstehen. Also, das ist das, wie du spielst? Das Geräusch von ihm ist unverteidbar. Du hörst ihn? Gut, das bedeutet, dass du ihn bestätigst. Fokuss dich an mir. Fokuss dich auf seine Sprache und zeigst mir, wo er ist. So, der Leck ist gezähmt. So, dann wollen wir jetzt mal die anderen Sachen klären. Dann herausfühle, wie lange er bleibt möchte. Du siehst, wie du dich zu Hause gemacht hast. Wirst du hier lange bleiben? Nein, ich bin Angst, nicht. Sie sind kinder Menschen, aber ich habe eine andere Vision erlebt. Obwohl nicht vollständig erschreckend. Es ist... ...verrückend. Willst du mir über das erzählen? Nachher. Was bringt dich zu mir? Hast du sie lange kennengelernt? Nein. Aber Aniela und Lucien sind meine zwei gute Säuze. Sie haben mich, ein impoverished Prächer, in unter der Ruf. Und ich werde das nie vergessen. Hast du sie auch helfen? Ich bin eine Bombe für Aniela's frazzleden Wurz. Aber genug von dem. Sag mir, was du brauchst. Haben wir ja eigentlich schon. Ähm... Aber auch ein bisschen strange, ne? Also wir gehen irgendwie zu ihm hin, um irgendwie mit ihm zu reden. Und am Ende des Tages hat er gar keinen Auftrag für uns. Er hat uns ja angerufen, ne? Wir sind dann einfach wieder gegangen. Okay. Gut. Dann ist dem jetzt erst mal so. Ähm... Wir können noch mal gerade gucken, äh, nach Aufgaben, welche jetzt Priorität hätte. Äh... Der Totengräber, das hat ja Priorität und der ist ja auch hier in der Nähe, ne? Also das heißt, da sollten wir relativ zügig hin. Genau. Wir müssen mal raus. Ich war hier in der Nähe irgendwo. Ich frage mich immer noch... Lassen wir mal ganz kurz gucken, wenn wir jetzt es... Natürlich. Ich frage mich. 5? 0. Hier ist nichts für dich. Mr. 8 hat ein bisschen, du-wählst, also hat er uns an. Und vice versa, ich kann sagen. Get ready for some shellacking, lads. Wir haben einen Dandy looking for some extra ventilation. Und, wie Glück hat es, nicht zu weit von der Orchard. Sir, du hast die unige Möglichkeit, um zu werden 10. Ah, jetzt müssen wir kämpfen. Ich wollte es ja unbedingt wissen, ne? Ähm, ja, wir verbessern mal eben die Tamotogie tatsächlich. Ähm... Schauen, so. So, dann schauen wir noch mal. Wir haben eigentlich so gut wie alles... Jetzt können wir noch mal Eispanzer, könnten wir noch hier hinzufügen. Dreier haben wir noch nicht, ansonsten passt es erst mal. Dann... Lass uns den Kampf beginnen. So, dann gucken wir erst mal, wie effektiv... ... ist effektiver. So, dann kommen wir noch mal. Wir haben uns ganz schön was eingehandelt hier. Machen wir einen schnellen Angriff, Blitzangriff und ein Heulen hinterher. Zack. Und sollte eigentlich ausreichen... Oh, das war leider ein guter Treffer. Je, oje, das wird knapp. So, der ist platt. Dann... Ähm... Mal gucken. Ja, der geht auch da. Okay. Passt. Ähm... Ich hätte gerne eigentlich mal wieder Lebenspunkte zurück. Ich hätte gerne mal wieder mit mir. Ich hätte gerne mal wieder... Also das soll effektiv sein gegen den, irgendwie, der Ringer hat den Fokus, ne machen wir nochmal gepeinigt. Kann er noch leben? Was ist da los? So, der Letzte, da brauchen wir ihn hier, jawohl, geht leider nicht, gehen wir mal ganz schlecht. Drei ist abgezogen, das war krass. So, alle Feinde besiegt. So, sind wir jetzt, hallo? Können wir weiterreden? Anscheinend hat sie das nicht genug beeindruckt oder so, ich weiß nicht. So, dann gehen wir mal hier zum Totengräber. Ja, der ist das, glaube ich, ne? Gegen Vampire? Die Vampire? Ich glaube nicht so. Was bedeutet, die Mögen sind in der Ketten? Sie müssen sie Vampire sein. Vampire sind die Salitzen, die von Blüten und Schmerzen sind. Es gibt nichts interessantes für sie zwischen den Mögen. Das ist das die Leute glauben, das ist wichtig. Die Stärken sind exklusiv, muss ich sagen. Was ist denn noch? Heilige Icon, Miraculous Mary, Salt Tablesalk? Konsequen, aber die Steak, ich sage Ihnen, Herr. Seitdem sie den Magistin haben, sie haben sie verkauft, wie Hotcakes. Jemand mit irgendwelchen Cent kaufen sie. Du glaubst in all of das? Ich glaube in Geld. Und wenn die Leute bereitstellen, um eine Steak aus Angst zu kaufen, dann bin ich, wer ich zu sagen? Dieser Magistin, ist es Schulzki? Ich glaube so. Es macht keine Unterschiede für mich, was sein Name war. Für ihn, Steak sind nicht genug. Wir brauchen den Pope. Ich hoffe. Nicht erzähl niemandem, oder ich werde meine Wahrscheinlichkeit verlieren. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Vampiren nicht auf mich nehmen. Sie haben keinen Interesse in mich. Ich bin eine Nymik. Bitte, erzähl deinen Freunden. Auf Wednesdays habe ich vier Steak für den Preis von zwei. Perfekt. Aber das war, glaube ich, nicht der, den ich hätte sprechen sollen, ne? Ich glaube, der ist hier irgendwo. Genau. Was ist diese Föhlichkeit? Öffne diese Garten! Genau. Keiner kann uns nicht aus dem Zement. Es ist ein freies Land. Na gut. Wie lange werden Sie Ihren Schäden halten? Wenn es geöffnet wird, ist es geöffnet. Oh, Herr Schulzki. Na gut. Endlich. Ja, ähm. Ich habe das Wort. Was ist das? Ah. Ich werde nicht darüber sprechen, hier in front von diesen Buren. Komm her. Sie lassen ihn in, Gravedigger? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Oder ich werde nicht öffnen. Das ist über dein Vater, wissen Sie. Okay, jetzt sehen wir, was das ist. Bah! Bah! Bua! Bua! Bua kenne ich sonst noch aus dem Bayerischen. Für Bube, also für Junge. Entfernung, ich glaube ich. Es gibt leider nur dos. Das habe eine Änderung. Und ich weiß nicht, was die andere ist. Woher willst du zu hören? Spannst du mir die schlechte Themen? Heute gab es here und generiert hatten Probleme. Sie auch verlorhezten ihre Familie. Was heißt verlorhezten? Ich kann es nicht glauben. Ich schreibe dir sofort eine Anweisung. Was für die anderen Nachrichten? Eine Nacht, ich fuhr, und sah die Möge liegen. Aber nicht in ihren Platz, du kennst du? In den Weg. Und dann sah ich ihre Gäste ab, als ob die Möge crepte direkt aus dem Boden. Und diese Böse sind noch hier liegen? Nein, natürlich nicht. Du kannst das nicht machen. Aber wenn du mehr über den Fall möchtest, werden sie morgen wieder rauskommen. Die Leute beginnen zu sprechen über Resurrektions und den Ende des Weltes. Resurrektions und jetzt diese Manniakse. Die Juddung ist auf uns, du wißt du? Das sind die Vandals, die die Möge verabschieden haben. Was sah sie aus? Ich veröffelte die Gäste, weil sie immer noch dort liegen. Warum nicht sie sich selbst sehen? Ja. Okay. So, dann schauen wir uns das ganze mal. Ärger im Familiengrab. Also hier geht es ja schon weiter. Nachruf. Zeitung, das war jetzt nichts Wildes. Notizen zu einer Predigt. Es ist schwerlich zu übersehen, dass sich schädliche marotten Unterhaltungen aus dem Westen unter unserer Jugend verbreiten. Und das direkt vor unserer Nase. Ich spreche zu einem von jenem, äh, von jenem berüchtigten Lehrer, der Lektion in rasend zuckenden Anfällen erteilt und dafür auch noch dreist Geld annimmt. Dank einiger wachsamer Gemeindemitglieder und meines eigenen Einschreitens wird dieses schändliche Moralverfall jedoch, Moralverfall jedoch nicht, da bald ein Ende haben. So im Titel seiner Predigt. Okay. Also wir schauen uns hier noch ein bisschen um. Wir waren ja schon mal auf dem Friedhof, aber es gibt ja anscheinend neue Hinweise, eben aufgrund der Randale, die da vor Ort war. Da muss man sich ja schon mal ein bisschen mal auch von den eigenen Dingen hier überzeugen und nachsehen. So, das Grabstein. Äh, auf dem leichenkalten Grabstein hat der Totengräber Worte des Gebetes hinterlassen. Und eine Sorge auf dem Marmor, die Sorge, dass die Toten nicht wie von der Natur gewollt in Frieden ruhen. Es ist ein Vorbote der Apokalypse, der dritte diese Woche. Ja, wir gucken noch mal ganz kurz, ob es hier sonst noch etwas gibt. Dann würde ich umdrehen. Umdrehen. Ich glaube aber hier, schaut mal. Hier, ne? Seht ihr? Das ist irgendwas da oben. Grabmal. Es erinnert sich an die Zeiten der Ausstellung und kollere Ausbrüche. Eine frische Spur von Schmerz hebt sich über andere Erinnerungen, die sich der Statue eingeprägt haben. Die zitternde Hand des Witwers, die nach Halt sucht. Ihre Vibrationen durchdringen die Ziegel mit einer Mischung aus Abscheu und Trauer, verursacht vom entsetzlichen Anblick des Leichnams seiner kürzlich begrabenen Frau, die auf ihrem offenen Sarg hockt. Ah ja, okay, hier ist offensichtlich... Schau an ihn. Ich denke, er ist ein realer, du weißt, temperamenter. Ich zeige dir, wie du mit Magikern sprachst. Ja, aber schon. Are you so eager to die temperamenter? I must admit that I can see some sort of vision behind this project. However, gentlemen, don't take it personally, but I can't allow you to continue this devastation. My sister spent a fortune on the engraving. She'll kill me, if she finds out, what happened here. Then she'll have to get in line. Okay. Ja, mit eins kriegen wir die nicht verbessert, die Tamantilogie. Deswegen macht's unbedingt Sinn. Wir gucken mal ganz kurz. Jawoll. Das Feindigen hilft immer sehr, muss man sagen. Ne, hier zweimal. Das wirkt auch sein zufälliger Feind. Also kannst du auch noch hier, wird noch weitere ausgedehnt. Sieht man dann auch gleich, wenn man hier... Ah, so. Geil. Geil. So, der ist almost fertig. Dann machen wir hier einen Leadsangriff. Hat der irgendeine Fähigkeit? Ah ja, der hat Widerstand. Und deaktivieren wir die Widerstandsthematik hier. Wie kann der denn jetzt... Wie kann der überlebt haben, den Angriff? Das kann gar nicht sein. So. Okay. Sagen. Hm. Schauen wir mal, was können wir denn hier machen? Dann machen wir... Ernste Melodie. Das ist ein Roller auf dem Stück. Muss denn vorsichtig sein, dass bei uns die... Dings nicht ganz weg geht. Okay. Das ist nämlich erledigt und jetzt machen wir Qual Nummer 2 und er pickt ihm hinten auf den Kopf. Ich habe gar nicht gesehen, ob der bei dem effektiv ist. Das hätte ich vielleicht nochmal prüfen sollen. Boah, das ist noch echt. So, der ist nämlich jetzt komplett. Jetzt gehen wir auf. Bam, 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 so. So. Plus 4. Und. Abend. Let's take a look around. Let's take a look around. So, dann schauen wir mal. Das DAG. Mein Vater, ein Dämon, meinetwegen, wie sie wollen. Witzig. Der hat dann so gar keine Empathie für seinen Vater. Das ist halt irgendwie schon auch ein bisschen lustig, muss man sagen. Ähm. Eispanzer haben wir schon. Was mich nochmal interessieren würde, ich meine, das sind ja jetzt so Fähigkeiten, die sind ja in dem Sinne etwas wertiger als die Fähigkeiten, die wir bisher hatten. Ne, also jetzt, ähm, Versteifung, offensichtliches Ziel, lähmende Wunde zum Beispiel. So. Ne, offensichtliches Ziel haben wir zum Beispiel noch nicht eingesetzt. Versteifung haben wir auch noch nicht eingesetzt. So. Jetzt haben wir hier Adrenalinrausch drin. Das war ja eines der ersten Sachen, die man hätte auswählen können. Vielleicht ändern wir das einfach mal und nehmen hier noch die Versteifung rein. Blämende Wunde. Eispanzer war auch relativ neu, meine ich. Dann könnte man natürlich so mal schauen. Hier, Eispanzer ist relativ neu. Adrenalinrausch war eigentlich auch noch relativ neu. Blutige Belebung. Wir haben jetzt mal die drei genommen hier. Kann bestimmt nicht schaden. Das sind die neuesten. Und, ähm, hier können wir weiterhin aktuell leider, muss man sagen, noch keinen Dreierangriff starten. Aber, also wir sollen jetzt warten, weil wir nachts den Friedhof besuchen sollen. Dafür müssten wir ausruhen. Das werden wir im nächsten Teil machen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns im nächsten Teil. Bis dahin, euer Kentrio. Ciao, ciao.